Ja, hallo zusammen zur dritten Folge von Last Epoch und mal gucken, wie weit wir kommen. Und irgendwas war im Discord, ich habe keine Ahnung was, ist aber auch egal. Ach, komm schon. Hau ab. So, Arschlöcher. Okay, sie haben sie genommen, die Scherbe, es ist in Gefahr. Äh, was, who did that take, ja, wen haben sie genommen? Lena, meine Tochter. Äh, there's only so long before I find all her. Er gibt eigentlich keinen Satz, naja, ich übersetze das jetzt nicht, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Okay, ich werde sie finden. Sie haben eine Scherbe und sie haben Lena und wir sollen beides finden. Er hat jetzt nicht gesagt, was wichtiger ist, das muss man auch mal in aller Ernsthaftigkeit zu sagen. Hau ab. Geh einfach. Lass das. Arschlochvieh. Äh, ich weiß jetzt gar nicht. Ja, kann ja nur hier durchgehen, ne? Ich wüsste sonst nicht. Ne, das geht nur hier durch. Okay. Ja, gehen wir mal hier durch. Ja, das wird jetzt für diesen Teil der Aufnahme-Session die letzte Aufnahme. Keine Sorge, ich nehme im Anschluss dann weiter auf. Aber heute ist noch Podcast-Aufnahme angesagt. Also von daher. Lass das. Lass das. Äh, her, 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 her. Ja, her, 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 her. So, na toll. Kannst du das mal lassen? Ich dachte, das könnte ich kaputt machen. Hm, ich bin mir nicht sicher, aber ich finde, die Optik haben sie aufgebessert. Ich kann mich da auch täuschen. Also zumindest seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Und auch gefühlt nur, also es ist einfach nur gefühlt, dass die Optik etwas aufgedreht worden ist. Aber drauf wetten würde ich da jetzt auch nicht. Ach, haut ab. Könntet ihr mal einen Adler machen? Hau ab, Bärchen. Seht's gut, dass du Land gewinnst. So. Okay, haben wir auch. Ah, konnte man eben sehen. Gedodged, das ist nice, dass das funktioniert soweit. Weil dicke Rüstung tragen ist eh nicht drin bei dem Char. Hau ab. Okay, hier geht's nicht weiter. Scheiße, ist hier leider ausgegangen. So, dann gucken wir mal weiter. Ach, hier kommt gleich der erste Bossfight, wenn ich mich zurecht erinnere. Eindeutig, ja. Ich höre, die Musik verändert sich. Wo ist die Saftnase jetzt? Hallo, Saftnase, wo bist du jetzt? Ich schaue in die Richtung. Vielleicht kommt die Saftnase dann. Yep. Ach, Schnauze. Hallo, Enteutig, das ist doch wohl hier nicht wahr. Ich schaue jetzt mal nicht. Ja, ja, das machst du ganz toll. Aha, ist das so. Lass das. Ja, 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 so oder so ähnlich. Ich muss meinen weg. Lass das. Magda's nicht. Ja, 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 ja. stirb einfach sag ich doch okay ich glaube damit haben wir auch den in die ewigen jahrgründe geschickt ja sieht so aus naja ok und warum greifen die jahren irgendjemand hat die scherbe bewacht seitdem äthera hat zu ihm mit ihnen gesprochen hat naja gut wie auch immer ist okay wir nehmen die schad nein ist okay wir gehen einfach mal durch das portal überhaupt nicht ungewöhnlich dass das dann auf einmal ein portal gibt und durch das wir marschieren das uns wohlgesonnen ist nicht ungewöhnlich nein 50 gold 30 experience confirm ich finde schon dass die optik noch mal aber man weiß ja wie das mit erinnerung ist die ob der wahl das ist die zukunft domino's tag was kann ich viel tun wo bin ich ich bin irgendwie auf der oberfläche so weit bla ok ach hau ab was an hau ab war jetzt nicht zu verstehen hallo geh weg nehmen wir nehmen wir auch neues level soo 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 schnubben habe ich hier irgendwie man könnte schon mal sterben echt jetzt mal ja was hast du zu sagen irgendwas schritten schlimmes passiert ich akzeptiere das und da ich das akzeptiert habe und hoffe dass du das speichert wobei ich kein portal hatte irgendwie jetzt auch hier was ich ein bisschen doof fand das jetzt kapital ist hoffe ich einfach mal dass wir hier weitermachen können welche nachher wieder aufnehmen wir werden es sehen ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit wünsche einem wunderschönen wochen abend bis morgen vielleicht tschüss